Die PlayStation Portal scheint sehr beliebt zu sein, zumindest ist sie momentan fast überall ausverkauft. Aber sie ist ja nicht der einzige Weg, um Remote Play mit der PlayStation unterwegs oder auf der Couch machen zu können. Und die wahrscheinlich mit beste und günstigere Alternative ist der Backbone One. Und heute schauen wir mal, welcher der beiden Wege der bessere ist. Viel Spaß! Eine Sache noch vorab. Backbone hat mir den Controller vor allem für dieses Video hier zum Testen geschickt. Und das ist die neue 2023 USB-C Version. Es gab auch eine USB-C Version vorher, aber die funktioniert jetzt nativ mit den neuen USB-C iPhones. Bei den alten Versionen ging das auch irgendwie nachträglich. Bei der Android-Version, da musste man aber erst ein Android-Telefon anschließen, dass der ein Software-Update macht. Und das Software-Update sorgt dann dafür, dass man den alten USB-C-Controller auch mit dem neuen USB-C iPhone benutzen kann. Viel zu viel Kopfschmerzen. Wer ein USB-C-iPhone hat, kauft sich am besten die 2023-Variante davon vom Backbone, wenn man die haben möchte. Und dann muss man sich um den ganzen Kram gar nicht mehr kümmern. Generell sind die auch gerade im Angebot, aber eben nur die alte Version. Die gibt es, glaube ich, gerade im Black Friday-Deal. Verlinke ich euch alles mal darunter. Der neue kostet so viel, wie er kostet. Und den Aufpreis muss man halt überlegen, ob man in dem Moment zahlen möchte oder nicht. Aber wenn Black Friday vorbei ist, kosten sie wahrscheinlich auch wieder beide gleich. Die neue Version kommt jetzt übrigens mit magnetischen Einlagen für die rechte und linke Seite, die bei mir dafür sorgt, dass ich endlich auch die Hülle am iPhone dranlassen kann, wenn ich spiele. Das ging bei der alten Version bei mir irgendwie nicht. So viel mehr zum Backbone-Controller will ich jetzt hier aber erstmal gar nicht sagen, denn ich habe darüber schon mal ein separates Video gemacht. Das war zur schwarzen Version, aber das spielt in dem Moment keine Rolle. Kann ich euch hier irgendwo verlinken und unten in der Videobeschreibung ist es auch verlinkt. Achso, und vielleicht noch ganz wichtig. Backbone hat dieses Jahr auch eine Tasche zu dem Backbone One rausgebracht. Und damit kann man das Ding einfach relativ gut verstauen. Die ist geschützt. Finde ich richtig gut. Kostet auch irgendwie so 20 Euro oder so. Verlinke ich euch auch alles unten. Mag ich sehr. Finde ich eine gute Idee. Und nochmal ganz kurz zum Portal. Im letzten Unboxing-Video waren die Kommentare ja unfassbar gemischt. Also es gab Leute, die hatten massive Verbindungsprobleme, haben das Ding nicht zum Laufen bekommen. Andere waren total happy. Dann gibt es natürlich immer noch die Leute, die zwischen Sinn und Unsinn sich entscheiden wollen oder diskutieren müssen. Kann jeder machen, wie er will. Ich hatte keine Verbindungsprobleme. Ich habe das super benutzen können. Ich hatte keine Abbrüche. Meine PlayStation 5 hängt am LAN-Kabel und ich hatte wirklich nie Abbrüche und konnte mich jedes Mal erfolgreich mit der PlayStation verbinden. Und meine PS5 war wahrscheinlich, seitdem ich sie habe, nie so oft und lange in Betrieb wie in der letzten Woche. Das liegt natürlich vielleicht auch an dem Test für das Teil hier. Aber auch daran, dass sie mir halt wirklich extrem gut gefällt und mir das Spielen darauf richtig viel Spaß macht. Und ich nicht jedes Mal am Fernseher sitzen muss oder ich den benutzen kann, um nebenbei irgendwie YouTube-Videos zu gucken oder so. Und ja, PlayStation-Titel auf dem Handheld spielen zu können, trifft halt einfach genau meinen Nerv. Und passt besser zu mir und meinem Leben, als das an den Fernseher gefesselt sein. Die Portal liegt unglaublich gut in der Hand. Also auch viel besser als eine Nintendo Switch zum Beispiel. Die Gewichtung ist ultra gut und der durchgeschnittene Motion Sense Controller liegt einfach perfekt in den Händen. Auf jeden Fall in meinen. Und das sogar so gut, dass ich das Portal manchmal lieber als PS5-Controller an der PS5 benutzen wollen würde, als den normalen Controller selber. Das geht natürlich nicht, aber vielleicht macht Sony das ja irgendwie auch mal per Software-Update möglich. Und dann könnte man diesen Screen hier auch als Second Screen benutzen, um vielleicht weitere Informationen im Spiel zu bekommen. Das wäre schon ziemlich cool. Die Spiele sehen auf dem 1080p-Display echt gut aus und auch die Größe ist wirklich angenehm zum Spielen. Auch wenn Elemente, die wahrscheinlich auf dem Fernseher schon etwas kleiner sind, hier drauf dann nochmal kleiner wirken, da muss man schon manchmal ganz genau hingucken. Und die Performance auf dem Gerät ist bisher auch richtig gut. Die einzigen kleinen Ruckler, die ich hatte, waren wirklich nur, als ich nebenbei noch ein Spiel runtergeladen habe. Weil natürlich dann auch die Internetverbindung und das WLAN ein bisschen anders beeinträchtigt wird. Und auch, als ich mal ein Online-Spiel, in dem Fall was Fortnite, angerissen habe, da können die Ruckler theoretisch ja auch vom Spiel selber oder halt eben vom Server kommen. Das kann ich, oder konnte ich in dem Moment nicht richtig einschätzen. Aber auch das hat mich jetzt nicht gehindert. Ich bin eh nicht der Online-Multiplayer-Typ, deswegen ist mir das am Ende auch egal. Und apropos Online, die eingebauten Mikrofone scheinen echt gut zu sein. Also ich habe da mal mit einem Kumpel in so einer Playstation-Party mich unterhalten, beziehungsweise wir haben auch zusammen gespielt. Und er meinte, er versteht mich großartig. Ich hatte das so vor dem Kopf und habe einfach nur reingeredet. Er meinte, das war echt gut zu verstehen. Was leider nicht so gut ist, sind die Lautsprecher. Darüber reden wir einfach nicht weiter, das hat Sony verbockt. Aber es ist natürlich auch ein sehr flaches Gerät, wo genau sollen da richtig gute Lautsprecher herkommen. Und ich bin so angetan von dem Playstation-Portal, dass ich wirklich überlege, mir diese unverschämt teuren Earbuds von Sony auch dafür zu kaufen, dass ich mit Playstation-Link dann eben das Spielerlebnis nochmal ein bisschen weiter vertiefen kann. Wenn ihr Bock auf ein Video zu den Earbuds habt, die kommen glaube ich jetzt irgendwann raus, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber noch eine wichtige Sache, ich habe mir erstmal einen Stand selber gedruckt, denn es gibt ja noch keinen offiziellen oder auch keinen auf dem Drittmarkt. So richtig, Sony hat ja keinen dazugepackt. Das ist jetzt kein eigenes Design, aber ich kann das Ding ordentlich irgendwo hinstellen und es liegt nicht überall irgendwie immer nur im Weg rum. Ich habe ein bestehendes Design genommen und ein bisschen angepasst, sodass der Spalt etwas breiter ist, dann kann man das noch ein bisschen mit Filz auskleiden, sodass der Bildschirm vorne nicht irgendwie mal zerkratzt. Wer Hilfe für den 3D-Druck bei so einem Stand braucht, kann mich gerne über die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung kontaktieren. So, nun aber zum Vergleich. Der offensichtliche Unterschied liegt ja eigentlich auf der Hand, beziehungsweise in der Hand, würde ich sagen. Aber eine Sache noch vorab. Wichtig ist zu sagen, dass beide Geräte ja irgendwie eigentlich nur eine Hülle sind, die den PlayStation Remote Service wiedergeben können. Die eigentliche Magie passiert ja bei Sony selber, denn Remote Play funktioniert ja auch gut auf dem nackten iPhone oder auf einem iPad mit einem Motion Sense Controller verbunden. Aber das will man natürlich nicht, denn man will lieber auf der Couch sitzen und Hogwarts erkunden, als irgendwie am Tisch mit einem Controller oder mit dem iPhone sich dann da halb die Finger zu brechen, wenn man die Touch-Controls benutzen muss. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch nur, dass die Performance beim Backbone und beim Portal quasi gleich war. Nur die Hülle war eben eine andere. Klar, die Darstellung variiert natürlich immer so ein bisschen, vor allem je nachdem, welches Telefon man hier einspannt. Das kann schon Unterschiede geben. In meinem Fall ist es jetzt das 15 Pro und das ist echt super. Kann sein, dass es mit einem 15 Pro Max sogar noch ein Ticken besser ist. Aber ich glaube, das ist am Ende auch egal. Und ja, da habe ich den größten Unterschied ja schon fast angesprochen. Das 8 Zoll Display vom Portal ist natürlich um einiges besser als das iPhone Display. Das iPhone Display ist eines der besten Displays, die es gibt. Das stelle ich gar nicht in Frage. Zum Spielen und vor allem die Darstellung und auch die Größe macht das hier aber tatsächlich in dem Fall, in dem Vergleich, mehr Sinn als das iPhone Display. Und das fällt natürlich extrem auf, wenn man erst das Portal in der Hand hat und danach den Backbone in die Hand nimmt. Dann ist das zwar cool, aber man merkt natürlich sofort, dass man viel, viel weniger Platz auf dem Display hat. Und auch das Gewicht vom Portal ist natürlich ein großer Vorteil, zumindest für mich. Ich finde das sehr gut, wenn Dinge sehr ausgewichtet in der Hand liegen und das dann sich einfach auf lange Zeit spielen auch gut anfühlt. Den großen Pluspunkt holt sich der Backbone-Controller natürlich in Sachen Mobilität. Denn der ist vor allem in Kombination mit der neuen Tasche natürlich mal viel schneller in den Rucksack geschmissen als das Riesenteil von Sony hier. Und ist man einmal unterwegs, kann man natürlich mit dem Backbone dank der Mobilfunkverbindung vom iPhone auch unterwegs in der Bahn, wenn man da gutes Netz hat oder im Urlaub am Strand spielen. Das alles kann der Portal natürlich nicht, weil immer ein WLAN-Netzwerk da sein muss. Man kann natürlich auch den Hotspot vom Telefon benutzen. Das schadet aber nur dem Akku vom Telefon und ganz ehrlich, dann kann man auch gleich mit dem Telefon spielen. Sonys Portal kann sich auch nicht mit öffentlichen Netzwerken verbinden, die einen Capture voraussetzen. Also die quasi vor der Verbindung nochmal so eine kleine Internetseite öffnen, um einmal die AGBs zu bestätigen. Denn hier ist kein Internetbrowser eingebaut, der das irgendwie abbilden kann. Dementsprechend funktioniert es da eben auch nicht. Das geht natürlich mit dem iPhone ohne Probleme. Aber das ist natürlich auch was, was Sony theoretisch per Software-Update nochmal nachrüsten könnte. Und ja, auch die Akkulaufzeit ist so eine Sache. Also sein Telefon hat man natürlich die ganze Zeit dabei. Man nutzt es ja auch noch für andere Sachen als nur zum Spielen. Also zumindest denke ich, dass das so ist bei den meisten Leuten. Das kann natürlich auch bedeuten, dass wenn man dann viel damit noch spielt unterwegs, spielt man relativ schnell sein Telefon leer und ist im Notfall nicht mehr erreichbar. Ja, man kann am USB-C-Anschluss vom Controller natürlich auch das Telefon beim Spielen aufladen. Aber im Notfall könnte einem der Akkuverbrauch hier zum Verhängnis werden. Das hat man beim Portal natürlich nicht unbedingt, denn mit dem kann man halt nichts anderes machen. Und damit muss man auch nicht erreichbar sein. Das heißt, wenn man damit auch unterwegs oder in einem Netzwerk, wo man sich verbinden kann, viel spielt, dann ist es irgendwann egal, wenn der Akku leer ist. Dann kann man halt einfach nicht weiterspielen, aber das Telefon funktioniert eben trotzdem noch. Und übrigens ist die Akkulaufzeit bei dem Teil bisher für mich echt recht gut. Auch nach anderthalb Stunden Jedi Fallen Order hatte ich immer noch drei von drei Balken im Akku. Also ich konnte da bisher keine größeren Schwierigkeiten bemerken. Mehr Vielfalt beim Spielen hat man natürlich irgendwie mit dem Backbone One. Der bringt ja seine Backbone-App mit. Die ist aber eigentlich nur ein Hub für andere Spiele, Plattformen, App Store, Apple Arcade und verlinkt meistens auf Spiele oder andere Apps. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, man kann aber mit dem Backbone eben auch Spiele aus dem App Store spielen oder Spiele aus Apple Arcade, die Controller-Support unterstützen. Und das gibt natürlich nochmal eine größere Bandbreite. Die kann man vielleicht nicht mit den Playstation-Titeln vergleichen, aber man kann sie, wenn man sie runtergeladen hat, in 90 Prozent der Fälle sogar offline ohne Internetverbindung spielen und hat dabei eine Controller. Das ist schon ziemlich cool. Was auch unterstützt wird, ist Xbox Cloud Gaming und GeForce Now. Das ist natürlich nochmal mehr Auswahl. Klar, für die Dienste muss man auch bezahlen, aber das kann Portal eben auch nicht. Also vielleicht kriegt es Sony doch eines Tages irgendwie hin, die streambaren Spiele direkt hier drauf zu streamen. Aber ja, selbst dann ohne WLAN-Netzwerk ist das natürlich auch nicht möglich. Mal schauen, ob Sony da nochmal nachrüstet. Und mit dem neuen Schwung an AAA-Titel für iOS wie Resident Evil oder Assassin's Creed kommen hier nochmal einige Spiele dazu, die ich dann einfach nur auf meinem iPhone spielen kann. Vorausgesetzt, es hat diesen neuen Chip, der das eben theoretisch auch kann. Aber wenn ich eins habe, kann ich unterwegs diese Titel auch genießen und kann das mit diesem kleinen Controller hier spielen. Und wenn ich will, kann ich den Backbone sogar per Kabel an mein iPad anschließen und den da als Controller benutzen. Das ist zwar nicht so mega komfortabel, aber unterwegs funktioniert es trotzdem. Und das alles kann der Portal leider nicht. Genauso wenig wie YouTube oder Twitch öffnen. Hier hat Sony wirklich einen Riegel vorgeschoben. Beim Backbone nehme ich einfach das iPhone aus dem Controller raus, öffne meine YouTube-App und gucke mir ein YouTube-Video an. Das ist natürlich um einiges leichter. Was der Backbone wiederum nicht hat, ist eine gute Vibration. Der nimmt nur die Vibration vom Telefon mit und leitet sie so ein bisschen weiter. Das reicht im Normalfall aber eigentlich aus, um irgendwie was zu merken. Sony's Portal hat hingegen die Vibrationsfunktion vom Motion Sense Controller, die natürlich mega gut ist und beim Spielen auch echt Spaß macht. Ich muss die sogar runterstellen von stark, weil die war manchmal ganz schön stark. Ja, ihr seht schon, beide haben ihre Vor- und Nachteile und dann ist ja noch der Preis. PlayStation Portal kostet momentan 219 Euro, das ist schon ordentlich. Der Backbone One kostet 100 Euro weniger, also 119 Euro. Klar, für den Backbone-Controller benötigt man dann natürlich noch ein halbwegs modernes Smartphone, um dann auch diese ganzen Sachen machen zu können. Aber sind wir mal ehrlich, das hat fast jeder von uns sowieso in der Tasche. Vor allem Leute, die sich für sowas interessieren. Ach, und eine Sache habe ich noch vergessen. Mit dem Backbone kann ich einfach meine AirPods oder andere Bluetooth-Kopfhörer benutzen, um zu spielen. Das geht mit dem Portal natürlich nicht. Hier ist nur Sony's Link-Technologie verbaut und kein Bluetooth. Das heißt, ich muss entweder Sony's Link-Headsets benutzen oder kann einen Kopfhörer per Klinker anschließen. Aber das kann der Portal auch. Ja, also wer gewinnt nun? Ja, schwer zu sagen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die man bei einem Vergleich hören will. Aber wenn ihr nur ab und zu euer Lieblingsspiel auf der PlayStation weiterspielen wollt, weil irgendjemand anders den Fernseher an Beschlag genommen hat und ihr dazu vielleicht sogar noch relativ viel unterwegs seid und da auch die Zeit habt zu spielen, ist wahrscheinlich der Backbone-Controller für euch die bessere Lösung. Und ihr spart noch 100 Euro. Die könnt ihr dann wiederum einfach in eine Powerbank investieren, um unterwegs noch ein bisschen Akku nachzuladen. Wenn ihr aber doch etwas mehr Gamer seid und keine Ambitionen oder Zeit habt, unterwegs zu spielen, ihr aber auf der Couch und im Bett zum Beispiel nicht auf den Komfort eures PlayStation-Controllers verzichten wollt und es einfach genießt, mit einem schönen Handheld zu zocken, kann ich euch Playstations Portal wirklich nur wärmstens empfehlen. Also was sagt ihr? Backbone One oder PlayStation Portal? Was ist die bessere Wahl? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann können wir da auch noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich habe euch alle Produkte, alles, worüber wir hier gesprochen haben, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr darüber irgendwas kauft, dann supportet ihr sogar indirekt den Kanal hier noch, ohne extra dafür zu bezahlen. Daher schon mal vielen Dank an alle, die das gemacht haben oder dies noch machen werden. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit diesem Video. Wir sehen uns spätestens beim nächsten wieder. Bis dahin, macht gut. Ciao, ciao.